Du musst dich dann aufgehen zum Filmen, jetzt darfst du dich nicht hochgehen. Kommt die Gerhard. Okay! Hopp, hopp, Feuer! Das war aber gar nicht! Das war so viel bei meiner Vertrauen in den Anfangszeiten. Du warst zu viel was. Das war V1. Benemünde Nummer 1. So ist es dir? Scheiße! Dann bist du in den Felsenklo.